Alle, alle neue Filme hier. Oh, Wahnsinn. Aber warum, Sie können doch das nicht alleine machen. Ja, irgendjemand muss es doch sein, oder? Das ist so, Mann. Dann machen Sie, was ich noch für Kreisperzen habe. Da, lang als Sie. Alles Knochen. Alles Knochen. Von vierten Stock bis runter. In Erdgeschoss. Und dann veräuchte ich. Was würden Sie sich wünschen, dass die Schulkinder ein verlassenes Klasszimmer machen? Ja, also ich würde gerne mal noch einen Vorschlag machen. Wenigstens einmal einmal, oder die Lehrer oder die Lehrerin, ich würde mal einen Vorschlag machen, wenigstens einmal in der Woche die Stühle hochstellen. Wenn die Stühle unten stehen, da kommst du mit dem Besen gar nicht einmal richtig hin, du kommst mit dem Mobstanger gar nicht einmal richtig hin. Ja. 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 Weihnachten, am heiligen Abend, Und habe mich erst einmal eingekauft, was ich brauche, Weißwurst, Senf, Weißbrot. Dann bin ich nach Hause gefahren, dann habe ich mich gebadet, habe mich umgezogen. Und dann in der Zwischenzeit habe ich die Weißwurst warm gemacht, heiß gemacht. Ja, und dann habe ich es gegessen, dann bin ich ins Bett, habe geschlafen. Und abends, so um 8 Uhr, bin ich dann in die Stadt hineingefahren, in eine Wirtschaft. Und habe dann noch Schweinefraden und Knödel gegessen, in ein türkisches Lokal, in der Bayerstraße, Gaststätte zur Bavaria. Ja, 14 Mark der Preis. Ja, dann anschließend bin ich in die Schillerstraße gegangen, habe das Kaffee getrunken, gemütlich, Zigaretten geraucht. Na ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann habe ich Tabletten eingenommen, dass ich schlafe. Na ja. Ja, ich gehe schlafen. Ja.